Schaltest du dein Bluetooth im Kontrollzentrum aus? Viele iPhone-Nutzer wissen nicht, dass dann Bluetooth immer noch eingeschaltet ist. Es wird lediglich die aktuelle Verbindung getrennt. In den Einstellungen kannst du nachschauen und merkst schnell, dass Bluetooth trotzdem weiterläuft. Du musst es also immer manuell vollständig in den Einstellungen ausschalten. Doch ich habe eine Lösung dafür gefunden. Du kannst entweder in meinem ultimativen Homescreen-Design auf das Bluetooth-Zeichen tippen und anschließend Bluetooth ein- bzw. ausschalten. Außerdem kannst du mit meinem Homescreen-Design schnell zwischen der Kalender- und Wetterübersicht wechseln. Klicke auf den Link in Mein Profil, um mein Homescreen-Design herunterzuladen. Die zweite Möglichkeit aber ist über die Kurzbefehle-App von Apple. Wir klicken auf Öffnen. Jetzt müssen wir eine neue Automation anklicken. Hier scrollen wir einmal nach unten. Anschließend klicken wir auf Flugmodus. Wir aktivieren Ausgeschaltet wird. Sofort ausführen muss eingeschaltet sein. Wir drücken auf Weiter oben rechts. Dann tippen wir Neue leere Automation an. Hier wählen wir Aktion hinzufügen aus. In die Suche geben wir Bluetooth ein und tippen Bluetooth konfigurieren an. Statt ein muss es ausgestellt sein. Mit fertig ein letztes Mal bestätigen. Nun aktivierst du im Kontrollzentrum einmal den Flugmodus und nach kurzer Wartezeit von ein paar Sekunden beendest du diesen wieder. Dann ist nämlich dein vorher aktives Bluetooth danach zu 100% ausgeschaltet und das direkt übers Kontrollzentrum. Und folge mir für noch mehr Tricks auf Instagram.